Nun sind wir also am Ende des offenen Online-Kurses zu den Auswirkungen von Windturbinen auf die Umwelt angelangt. Dass man etwa Schallemissionen, Schattenwurf und Vogelschlag betrachten muss, ist offensichtlich. Aber es gibt, wie wir gesehen haben, daneben viele eher versteckte Faktoren, etwa die Herstellung der Anlagen einschließlich der Leitungen oder Gefahren für Leib und Leben von Menschen. Oder die schwankende Einspeisung. Sie erfordert Speicher, Reservekraftwerke und lange Leitungen. Die haben jeweils Auswirkungen auf die Umwelt. Am Ende dieses Kurses steht deshalb keine eindeutige Aussage. Das liegt zum einen daran, dass die Faktenlage an vielen Stellen diffus ist und zum anderen muss man viele Werturteile treffen. Wie wertvoll ist eine Fledermaus? Was ist eine schöne Landschaft? Und all das im Verhältnis zu strikten Einsparungen im Stromverbrauch oder x-Grad-Klimaerwärmung oder x-hundert Tonnen radioaktiven Abfalls. Außerdem wird beständig geforscht, etwa am Vogelradar, an besseren Windprognosen und an besseren Speichern oder auf der anderen Seite zum Beispiel am Fusionsreaktor. Also gibt es hier kein eindeutiges Fazit, sondern nur eine Aufforderung zur Diskussion und dazu aktuelle Informationen zusammenzutragen und Forschungsergebnisse und Forschungsideen zu sammeln. In diesem Kurs auf der Plattform Moin haben wir dazu Foren eingerichtet. Da können wir auch dauerhaft an diesem schwierigen Thema weiterarbeiten. Wir sehen uns dort!